Wie ist der Finanzsenator in früheren Zeiten? Sie würden im Falle einer Hapag-Leut-Pleite verloren gehen, sie wären Fehlinvestitionen und zweitens wollen wir einen starken Staat, der ihnen gezielt unternehmen hilft, auch wenn damit unvermeidlich unternehmische Risiken auf unsere Stadt zukommen. Wir stehen aber zu dieser Verantwortung. Ich will aber auch deutlich sagen, das verlangen wir, ich glaube wir alle, auch von den anderen Gesellschaftern. Und da ist natürlich auch Herr Kühne und sein Berater Herr Peiner. Das Ad-hoc-Paket über den Ankauf des CTA-Anteils in Höhe von 315 Millionen Euro war ja unter anderem nur deshalb notwendig, weil Herr Kühne in der FAZ Hapag-Leut zum Sanierungsfall erklärte und dadurch Banken absprangen. An diesen 315 Millionen hat sich dann im Übrigen Herr Kühne nicht beteiligt. Und ich will auch deutlich für meine Fraktion erklären, dass es schwer erträglich ist, wenn wir hier bei den parlamentarischen Beratungen mit Verschwiegenheitsverpflichtungen und Strafandrohungen überzeugen werden, wenn gleichzeitig ein Privater durch Zeitungsinterviews die Rederei in eine existenzielle Krise hineinredet, ohne dabei jede ernsthafte Konsequenz fürchten zu müssen. Das kann und will ich nicht akzeptieren. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es jetzt gut ist, dass Herr Kühne am Ende sich doch beteiligt an der großen Hilfe. Aber es kann auf der anderen Seite nicht sein, dass das Parlament so unter Druck gesetzt wird, wenn auf der anderen Seite offensichtlich Anteilseigner nicht immer wissen, was sie tun. Und da spielt auch die TUI eine Rolle. Nach dem, was wir wissen, beteiligt sich die TUI an der Rettung entsprechend ihres Anteils und auch ihrer Verantwortung als Alteigentümer. Die TUI hat aber auch von den neuen Eigentümern, also von dem Konsortium, einen sehr guten, aus unserer Sicht einen viel zu guten Preis erhalten. Der Unternehmenswert von über 4 Milliarden Euro, der zu einem Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro zugrunde lag, stammt eben aus dem Sommer 2008. Vor der Lehman-Pleite, vor der weltweiten Rezession und vor dem Einbruch des Welthandels und der Frachtwärten. Und da muss sich der Senat, da muss sich Herr Dr. Freitag und auch Herr Gedaschke schon fragen lassen, warum man diesen Unternehmenswert noch im Oktober 2008 und auch noch bei den Nachverhandlungen im Frühjahr 2009 akzeptiert hat. Unsere Hamburger Aufgabe ist es, Hapag-Leut zu retten. Es ist nicht unsere Aufgabe, TUI zu retten. Das wäre, wenn überhaupt, die Aufgabe Niedersachsens von Herrn Wulff, aber nicht Hamburger Aufgabe. Und deshalb bitte ich Sie auch, unsere Zustimmung heute zum Antrag des Senates nicht misszuverstehen. Wir haben keinen Verlass und keinen Anlass, Ihrem Agieren und Ihrem politischen Agieren Vertrauen zu schenken. Wir sind in der Vergangenheit bei dem wichtigen und richtigen Projekt der Elbphilharmonie mehrfach getäuscht worden. Hinsichtlich der Lage der HSH Nordbank haben Sie im Bürgerschaftswahlkampf, unterhalte ich mich jetzt mal an die Sprachregelung des Parlaments, höflich formuliert, die Unwahrheit gesagt. Es gibt keinen Grund, dem Kollegen Böwer, glaube ich, zu widersprechen. Das war die richtige Verhundung. In der Sache trotzdem richtig. In der Sache trotzdem richtig. In der Sache trotzdem richtig. Und der Freitag hat es sogar bis zu dem späteren Zeitpunkt so getan, als wenn alles in Ordnung wäre, obwohl gleichzeitig schon längst die Bankenaufsicht beim Bürgermeister angerufen hatte und von der Schließung die Rede war. Auch die Umstände der Sonderzahlung an Herrn Nonnmacher sind kein Grund, diesem Senat in irgendeiner Weise Vertrauen zu schenken. Und anders als bei der HSH Nordbank werden auch, und das kann man auch positiv vermerken, eine Senatsdrucksache die Risiken offen benannt. Es können eben weitere Hilfen notwendig werden. Und wenn die Erholung des Welthandels und der Frachtraten später eintritt, als im Worst-Case-Szenario unterstellt, wenn sich die Bunkerpreise erhöhen oder wenn das Sanierungsprogramm nicht realisiert wird. Oder wenn die Kredite der Banken oder der Bürgschaft des Bundes nicht rechtzeitig oder in der notwendigen Höhe zustande kommen, dann droht noch immer Insolvenz. Es gibt also noch erhebliche Unwägbarkeiten. Trotzdem haben wir uns entschlossen, am Ende Ja zu sagen, auch wenn unsere Zustimmung kein Blankoscheck ist. Und deswegen fordern wir aufgrund der Erfahrungen mit diesem Senat, dass es angebracht ist, das Parlament regelmäßig und auch sehr kurzfristig über die Entwicklung von HAPAG-Leut zu informieren. Und zwar nicht nur in irgendwelchen Gesprächen, die mal zwischen Tür und Angel hier auf den Gängen des Rathauses stattfinden, sondern in der Form, in der das Parlament informiert wird. Und das heißt mit deutlichen, nachvollziehbaren Vorlagen, beratungsfähigen Vorlagen im Haushaltsausschuss und nicht Telefonanrufen oder Gesprächen hier am Rande von Bürgerschaftssitzungen. Und das erwarte ich auch, wenn Sie mal nicht unsere Zustimmung erforderlich sehen, sondern ich erwarte, dass diese Zustimmung, dass diese Informationen auch dann fließen, wenn Sie nicht auf die Stimmen der Sozialdemokraten in den Ausschüssen oder der Bürgerschaft angewiesen sind. Wir unterstützen also mit unserer Zustimmung heute nicht Sie, nicht den Senat, sondern unterstützen die Beschäftigten von HAPAG-Leut, die Beschäftigten im Hafen und vor allen Dingen diejenigen, die mit ihren Arbeitsplätzen von einer Pleite der Reederei akut bedroht wären. Wir stellen uns damit der Verantwortung, wir stehlen uns nicht aus Selbiger und zu der Verantwortung für Hamburg und seinen Hafen, der auch trotz aller Kreativwirtschaft und allen anderen Bemühungen das wirtschaftliche Rückgrat unserer Stadt darstellt. Deshalb haben wir den Entschluss gefasst, der Drucksache zuzustimmen. Ich weiß zwar, dass ich die Hoffnung kaum hegen darf, dass der Senat vielleicht sein Verhandlungsgeschick uns gegenüber verändert. Ich appelliere aber trotzdem daran, uns in angemessener Weise zu beteiligen, zu informieren. Und Sie können sich, na weder Sie, weniger Sie, aber die Menschen dieser Stadt können sich darauf verlassen, dass in den wichtigen Grundentscheidungen dieser Stadt Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zur Geschichte unserer Stadt stehen und zu unserer eigenen Geschichte stehen. Auf uns ist Verlass. Vielen Dank. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.